hallo und herzlich willkommen auf multilaser heute ein neues video zum seat arosa das auto ist ähnlich wie der lupo wie der 6n wie ganz ganz viele diverse autos das erkennt ihr auch immer in den armaturen das sieht alles identisch aus vom volkswagen und co aber seat ist ja auch also hier die ganzen vw sachen die passen auch hier bei seat ein alles der gleiche wischwasch jetzt ist folgende reparatur heute möglich notwendig und zwar zeigt das einmal kurz bevor wir loslegen ich kann euch hier da seht ihr auch dass vw lupo und seat arosa in den modellen immer die gleichen modelle sind deswegen gibt es dieses buch auch weil diese autos identisch sind aus dem baujahr und da sind ganz viele auf dem markt unterwegs und ich kann euch dieses buch nur empfehlen weil dieses buch so wird es gemacht ist einfach der perfekte geber und hier seht ihr jetzt die ganzen modelle alles was ihr jetzt aber heute hier drin sehen werdet werdet es gibt es auch noch andere modelle die das gleiche problem haben aber ich möchte dieses buch einfach nur zeigen weil hier ist einfach alles so detailliert mit bildern und mit drehmoment alles also wenn ihr irgendwas machen müsst an dem auto radlager kupplung es spielt fast keine rolle ihr habt hier fast alles drin ihr seht das hier von der lenkung bremsanlage motortechnik heizung amatur beleuchtungsanlage vorderachse hinterachse motorschmierung motorkühlung kraftstoffanlage motormanagement diesel einspritzung falls in diesel habt abgasanlage kupplungsscheiben druckplatte innenausstattung karosserie der herr hier hat das leben von diesem auto einfach durchgespielt und ich möchte noch zeigen hier ist auch noch wartung und motor abgasanlage getriebe achse radfahrt und bremse reifen räder karosserie innausstattung elektrische anlage wagenpflege alle möglichen arten von wartungen habt ihr nicht gesehen also hier wirklich wie gesagt dieser mann der gute herr hier der hat das auto durchgespielt und ihr seht das die dicke von dem buch und ich sage euch wenn ihr so ein auto habt und ihr habt keine zwei linken hände dann ist dieses buch einfach nur eine empfehlung ich habe alles nach diesem buch an diesem auto selber gemacht teilweise wirklich nur durch das buch und dann durch selbst ausprobieren und ich kann euch dieses buch einfach nur ans herz legen das heißt wenn ihr meine videos seht und ihr wollt das nachmachen dann empfehle ich euch noch nebenbei dieses buch weil damit seid ihr so günstig unterwegs und dieses buch hat mich was hat das gekostet ich guck gerade mal ich habe das im angebot gekriegt ich habe das günstig gekriegt weil hier so ein touchschnitt drin ist könnt ihr das sehen da haben die das wohl ausgepackt und hier so ein touchschnitt rein gemacht und dadurch habe ich glaube ich für 12 euro bekommen und müsst ihr mal gucken ansonsten ist das nicht teuer und kann ich einfach nur empfehlen das ist wirklich hilfreich so was mache ich heute an dem auto also erstmal vorweg das ist keine anleitung hier ich zeige nur wie ich es mache und mehr nicht also wie gesagt dieses auto hat wie alle anderen autos ein problem und zwar nach einer gewissen zeit und zwar haben wir hier ein zündschloss und dieses zündschloss ihr habt den titel ja schon gelesen deswegen wisst ihr schon worum es geht aber ich möchte es euch zeigen wir stecken den schlüssel rein leerlauf ich trete immer noch mal die kupplung auch wenn hier kein gang drin ist einfach vorsichtshalber das ist schon gewohnheit lenkrad schloss und sperren und jetzt sehen achten wir mal hier und ich drehe jetzt den schlüssel und wie ihr seht anschlag und nichts passiert lampen leuchten aber der wagen startet nicht ich mache noch mal wir hören alles springt an dem auto pumpen gehen an und 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 aber der anlasser geht nicht so und manchmal hat man glück und kann an dem schlüssel wackeln und dann startet er das heißt ihr dreht durch und wackelt und dann springt er an ist jetzt hier nicht mehr möglich weil ein werkstattmann hier ziemlich grob zugange war und dem das was ich drei jahre ich muss sagen drei jahre genutzt habe hat er damit zerstört das heißt ich konnte bei mir immer noch den schlüssel rein wackeln und dann sprang er an geht nicht mehr so ihr könnt noch notfalls wenn der wagen so weit ist könnt ihr den schlüssel umdrehen und könnt den wagen noch anschieben und somit den wagen noch mal starten und könnt so den wagen noch komplett benutzen das heißt mit anschieben geht es ihr seid nicht komplett am arsch wenn es irgendwo passiert so jetzt ist dieser schalter hinter dem zylinder schloss unser fachbegriff nicht dafür dass ist dieses teil hier dieses teil ist kaputt es liegt wirklich hier dran ihr könnt das testen indem ihr die unterkonstruktion hier mit zwei kreuzschrauben ab macht und dann habt ihr hier hinten den stecker den könnt ihr abziehen und dann könnt ihr diesen stecker kurz schließen und dann springt der wagen an und dann wisst ihr okay es liegt definitiv an diesem schalter hier aber ich kann euch jetzt schon sagen wenn das wenn diese symptome sind dann liegt es zu 99 prozent an diesen kollegen hier und zwar ist das ein schlüssel ok ich muss jetzt noch mal nachgucken es ist der zünd anlass schalter dieser zünd anlass schalter kontrolliert nämlich sehr viel und zwar alles das heißt wenn ihr diesen wagen starten wollt ist der dafür verantwortlich dass euer wagen überhaupt anspringt und den kontakt an die an die an den anlasser überträgt mit verschiedenen pins das problem ist wenn ihr den wagen über brücken tut das sind nämlich zwei pins ihr müsst den stecker also wenn ihr den rohstecker habt hier und hier rein stecken und dann steckt ihr hier noch einen rein und macht den tak 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 und dann springt der wagen an vielleicht zeige ich das auch noch mal das problem ist ihr könnt in den wagen starten aber licht geht nicht blinker geht nicht es geht einfach gar nichts so wenn wir den wagen jetzt an machen ihr seht er springt nicht an aber jetzt zum beispiel blinker geht licht geht alles geht wenn ihr den kurzschließt so gesehen müsst ihr noch mehr kabel verbinden habe ich keine ahnung aber dieses teil kostet fünf euro ab fünf euro geht es los bis acht euro ersatz original ersatz teil und dieses teil ist schuld dass das nicht mehr funktioniert das ist eine ziemlich günstige reparatur aber der aufwand ist extrem weil was müsst ihr dafür machen und wie gesagt das ist keine anleitung aber ich nehme euch jetzt mit ihr geht jetzt erstmal in die an die mutterhaube das mache ich jetzt dann holt ihr euch die knarre und trennt erstmal die batterie das ist das aller allererste was ihr tut und dann sehen wir uns in circa zehn minuten wieder weil ich warten möchte nach dem abtrennen möchte ich zehn minuten warten das heißt wir sehen uns gleich erstmal wieder und dann geht es weiter batterie abklemmen ganz wichtig also wie gesagt keine anleitung das mache ich jetzt ich habe jetzt zehn minuten gewartet airbag sollte leer sein ich habe auch noch mal diverse verbraucher mit eingeschaltet einfach mal so dass hier wirklich kein strom mehr drauf ist so was folgendermaßen ist ihr müsst den schlüssel drinnen lassen merke ich gerade so und dann drehen wir das lenker ein bisschen dass wir hier unten an die im bus schrauben also hinten sind im bus schrauben genau hier ich kann euch die proxen koffer nur empfehlen da habt ihr einfach alles drinne und da habe ich auch schon einen rausgenommen genau für die batterie batterie ist übrigens 10er nuss zum lösen wie gesagt das ist keine anleitung sondern nur wie ich es mache und dann müsste das glaube ich im vierer oder fünfer im bus sein ich guck mal gerade es ist der fünfer die proxen koffer haben halt eben alle wirklich alle geilen dinger so die löst ihr jetzt das werde ich euch nicht zeigen also ich werde euch zeigen wie ich die löse aber mehr werde ich nicht zeigen weil da habe ich extra einen experten auf der auf der sitzbank der das gleich machen wird airbags sollten immer von fachpersonal ausgewechselt werden das ist ganz wichtig wie gesagt ist ja auch keine anleitung hier sondern drehen wir die schraube locker ihr braucht keine angst haben die schraube sollte nicht rausfallen so die ist nämlich hier fest in dem lenker fixiert ich muss dazu sagen dass bei manchen auch torx sein könnten habe ich gehört ob es war das weiß ich nicht könnten aber auch torx sein das heißt stellt euch darauf ein dass ihr nicht nur fünfer im bus bräuchte sondern eventuellen torx oder bei manchen modellen ist es auch so von volkswagen und co dass das mit einer feder gesichert ist das heißt ihr müsst hier hinten ist loch und da ist eine feder zu sehen und die müsst ihr runter klipsen da ist der airbag nur mit einer feder auf beiden seiten eingerastet das müsstet ihr nachgucken vorher sondern jetzt muss ich den winkel hier von der im bus kriegen ist das schwierig einmal gelöst könnt ihr die schraube per hand rausdrehen mit dem aufsatz und das ist wirklich eine arbeit da solltet ihr euch ein bisschen zeit mitnehmen und ihr braucht auch spezialwerkzeug das werde ich euch dann laufe des videos auch zeigen so jetzt ist der airbag locker ich zeige nur kurz das war's mir mache ich nicht und jetzt machen wir den kotz ab und dann schalten wir gleich wieder ein ja und wie aus zauberhand ist das lenkrad ist der airbag jetzt verschwunden hier seht ihr noch mal dass die schrauben fest sind die fallen nicht raus hier ist das airbag kabel passt bloß auf dass ihr das nicht beschädigt hier haben wir die große 24er nuss und wie ihr hier vielleicht an der grünen farbe erkennen könnt ist das ein gebrauchtes lenkrad von kiso die schraube ist mit 50 newton angezogen die müssen wir jetzt lockern dafür habe ich hier den großen proxen koffer wie gesagt ist einfach nur eine empfehlung ihr habt hier einfach alles drinne besonders für den auto gebrauch dann nehmen wir eine kleine verlängerung nehmen die große ratsche und raus damit viele benutzen hier das lenkrad schloss ich kann aber also ich empfehle es eigentlich nicht weil ich hatte nämlich schon mal hier in schaden deswegen ist das hier auch neu und zwar die halterung die aufhängung hierfür ist dabei gebrochen weil ich das lenkrad schloss benutzt habe in dem fall muss ich es aber jetzt benutzen weil ich nicht glaube dass ich es einfach so abkriege so das heißt ansetzen und abdrehen die ist auch nicht sehr fest ich gebe den tipp noch wenn ihr das gelockert habt lenkrad schloss wieder in sperren so und das lenkrad gerade machen und jetzt erst mal die schraube runter vorsichtig mit dem ach so noch was hier unten ist ein schleifring für den für die hupe und den airbag denke ich mal da müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein dass ihr den schleifring nicht rausreißt so mutter ab wie gesagt wird mit 50 newtonmeter festgezogen so und jetzt gebe ich euch den tipp ich habe hier ein edding weil wir nachher hier nämlich eine hülse abziehen müssen gebe ich euch den tipp mit dem adding auf der auf den ja genau hier ein markierungspunkt zu setzen eigentlich ist hier ein kornpunkt den seht ihr hier aber da das lenkrad schon öfter einmal ab war ist das nicht mehr der richtige punkt und zwar seht ihr da einmal ein körnerpunkt auf dem lenkrad und dann ist das hier auch wir machen jetzt folgendes wir setzen jetzt hier auf dieses teil ein edding punkt und hier am lenkrad einmal so und dann wissen wir okay so gehört das später wieder gerade drauf so dann machen wir es selber noch mal gerade gucken noch mal und jetzt ganz vorsichtig mit leichten wackelbewegung und jetzt ist ganz wichtig dass sie hier unten den schleifring mit abzieht hier ist der schleifring einfach ein bisschen drauf drücken und jetzt hier unter dem schaumstoff den stecker löst und jetzt ganz vorsichtig das wegpacken das ist unser ja unser schleifring bzw da drin ist so eine aufgewickelte spudel geschichte lasst es einfach so um packt das lenkrad jetzt so vorsichtig zur seite glaubt mir wenn das kaputt geht habt ihr richtig spaß ja und dann haben wir es offen jetzt können wir den schlüssel raus ziehen zack ich würde das so lassen jetzt brauchen wir meinen schraubzieher hier haben wir einmal die wegfahrsperre das ist dieser ring hier da kommen wir auch gleich zu habe ich hier ein schön schraub das sind übrigens die überbrückungskabel das thema da gehe ich nachher kurz noch drauf ein so und uns hier ein schlitzschraubendreher und drehen jetzt hier die drei schlitzschrauben schrauben raus die nicht nur fest sind schraube 1 die ist nicht mal fest okay die sollten natürlich fest sein ja wir waren als wir die lenke geschichte ausgetauscht hatten als der bruch dahinter war wer das video gesehen hat weiß ist alter dies ja auch locker also ich bin mir sicher dass wir die festgezogen haben vorsichtig die schrauben lockern ihr könnt ihr auch rausziehen die müssten theoretisch gleich lang sein wenn sie nicht gleich lang sind gebe ich einen kleinen tipp ich drehe die hier gerade per hand raus wenn sie nicht gleich lang sind gebe ich dir den tipp lasst sie noch drinnen zieht die eine raus zieht die zweite raus halt die nebeneinander und wenn ihr seht aha sind die gleichen schrauben und auch hier unten haltet die nebeneinander das sind alles drei die gleichen schrauben das heißt ihr müsst hier keinen nicht aufpassen dann packt sie mal in einen behälter dass ich sie nicht verliere ansonsten wenn sie unterschiedlich lang sind gebe ich euch den tipp einmal ein foto zu machen haltet die schrauben hin der partner macht ein foto fertig das ist das leichteste die blende kriegen wir hier oben noch nicht ab einmal runter müssen wir nach oben abziehen und jetzt vorsichtig die stecker lösen hier unten sind überall stecker drin da kommt ihr aber nur ran bei dem modell ist das ein bisschen blöde hier kommt ihr nur ran wenn das alles abgefummelt ist die stecker müssen aber alle ab und man kann den ohren teil rausziehen so zack vorsichtig fasst auch die kontakt darauf kommt ihr hier ein bisschen wässern die stecker ran die sie überall drin sind wie kann man nur so eine stecker machen wo man nicht dran kommt dann nehmen wir schon mal die wegfahrsperre ab die könnt ihr einfach so abklipsen keine angst sie könnt ihr auch nicht falsch machen hier ist so ein knubbel der rastet hier ein auch schon mal zur seite ihr seht das ist alles super eng hier und dann müsst ihr den zur seite machen und den stecker ist das nervig so hier hier müsst ihr ein bisschen aufpassen hier ist der stecker dran die müsst ihr hier vom zündschloss unten abziehen dann habt ihr hier jeweils zwei stecker drin in rot auf der seite und hier drüben sind auch noch mal jeweils zwei steckern schwarz die sind hier das blöde bei den steckern sind die sind hier oben eingegastet da müsst ihr aufpassen dass ihr die nase vorne nicht kaputt macht die müsst ihr vorsichtig grob biegen die stecker auf und dann mit dem clip rausziehen das gleiche ist hier hier ist so eine rastnase und ja ihr braucht da ein bisschen geduld entspannt euch und dann geht das und das ist dann der scheinwischerhebel so ich gebe euch den tipp die sachen hier vorsichtig wegzupacken dass sie euch nicht entgegen kommen so dann haben wir hier nämlich jetzt viele kabel legt euch die so hin dass ihr den überblick habt und sie nicht verliert verliert so und jetzt kommt es nämlich hier hier hinten sitzt der stecker unser begierde ich ziehe mal kurz den hauptstecker raus dann müsst ihr ein bisschen wackeln ist alles super eng hier bei dem modell und da ist der stecker so und ich zeige euch jetzt wie ihr den überbrücken könnt und zwar habt ihr den stecker so in der hand dann seht ihr dass da oben einer frei ist dann nehmt ihr das überbrückungskabel wo ein bisschen blank ist steckt den stecker hier rein und hier rein zack erschreckt euch nicht dann ist das so als hättet ihr die schlüsse umgedreht und alle lampen fangen plötzlich an zu leuchten dann nehmt ihr euer überbrückungskabel das steckt ihr hier rein das ist nämlich das anlasserrelais so und dann geht ihr hier auf die blanke stelle kurz gedrückt halten dann hört ihr der wagen geht an vorsicht gang raus am besten kupplung treten dann zack auto geht an aber dann werdet ihr merken der wagen läuft ihr freut euch und denkt euch dann brauche ich mir so eine überbrückung nein licht geht nicht blinker geht nicht es geht einfach gar nichts der wagen läuft nur und das war's das heißt ihr wisst okay hier dran an dieser geschichte an den kabelbaum und allen anderen liegt es nicht denn sobald ihr den stecker wieder zieht geht das auto aus so dann wisst ihr okay es liegt definitiv an dem schalter der jetzt hier hinter dem schloss ist und das ist halt das theater da ist auszubauen und das ist der tipp vorher also bevor ihr dieses ganze theater macht würde ich diesen kleinen trick anwenden weil das spart euch einiges an ausbau weil ich stelle euch vor ihr macht dieses ganze theater jetzt und es liegt gar nicht daran dann ist ein bisschen blöde so und dieses teil müsst ihr euch vorstellen sitzt jetzt hier hinter drinnen und vw war so intelligent ihr seht hier diese nase die ist hier drinnen da ist die schraube und die schraube ist genau hinter den lenkstock so jetzt haben wir hier noch eine abriss schraube dann müssen wir gleich mal gucken dass wir das mit rohrpumpenzange abgedreht kriegen abriss schraube ja damit man den wagen nicht klauen kann aber das ist kein beliebtes auto zum klauen die ist hier unter das könnte ich schlecht sehen aber hier und das abriss schraube manche leute haben waren da schon öfter dran und die haben dann normale schraube reingesetzt aber hier ist abriss schraube bei mir auch noch das heißt gleich mit einer rohrpumpenzange versuchen die raus zu kriegen aber ihr seht dieser stecker ist das der kommt halt hier so rein zack und sitzt dann dahinter gut jetzt ist folgendes wir probieren erstmal die welle hier vorne abzuziehen und dann kümmern wir uns um die schraube ok in meinem fall habe ich glück und die abriss schraube lässt sich hier rausdrehen ihr könnt diese schraube dann auch durch eine ganz normale ersetzen ihr müsst das in dem fall werde ich die abriss schraube wieder nehmen ich zeige euch das mal eben kriegt ja auch mit einer rohrpumpenzange gelöst das ist halt dafür dass dieser lenkstock fest ist das ist die abriss schraube ihr seht ab die kann verschiedene formen haben das ist jetzt nur ein beispiel und hier oben sitzt ihr seht hier ist was abgebrochen hier sitzt eigentlich so ein imbus oder sonstiges und beim festschrauben bricht dann dieses teil ab und dann ist das unmöglich die locker zu machen aber ihr seht nichts ist unmöglich so die kommt auch hier rein und jetzt kommt das spezialwerkzeug was wir brauchen das ist das hier weil ihr habt hier eine kante das teil hier muss runter und deswegen habe ich auch gesagt macht den adding punkt hier auf eure stange weil ihr jetzt nämlich diese hülse abziehen tut aber wir haben auf die hülse auch einen punkt drauf gemacht somit können wir die hülse kann man diese hülse dann auch wieder direkt hier drauf setzen deswegen ist ja auch ein adding punkt weil in vielen videos was ich gesehen habe oder tutorials wird da nicht drauf eingegangen ja so und dieser wie gesagt ihr müsst diese hülse abmachen und hier ist nur ganz kleiner dünner grad man kann es abziehen indem man ich glaube ein 27er schluss habe ich gelesen raufsetzen tut oder man baut sich eine hülse und setzt da einen greifer dran es gibt es auch diese dreierarm greifer zum abziehen da habe ich auch mit kann man machen aber wenn ihr sowas hier habt und das ist einfach eine investition die macht man einmal das z kostet so um die 20 30 euro und ist einfach gott wert das ist so ein kugel abzieher und für unsere zwecke perfekt da ziehen wir uns jetzt hier die stangen raus die sind schon perfekt da und dann baue ich den mal eben zusammen also bei anderen abziehen ist hier so eine kugel drin damit ihr das nicht beschädigt aber hier braucht ihr keine angst haben der lenkstock hier ist stabil genug ihr könnt noch folgendes machen bevor ihr das abzieht hier die mutter drauf so und dann könnt ihr das abziehen aber das hindert euch nachher aber könnt ihr machen so über zusammenziehen und in dem fall ist das ding hier gold wert ihr könnt natürlich alles mögliche machen aber ich sage euch um diese kante nicht zu beschädigen nimmt da so ein werkzeug damit seid ihr auf der richtigen seite so ich ziehe das noch nicht mal hand also ich ziehe das noch nicht mal fest beziehungsweise nur hand fest so liegt an der kante an jetzt setzen wir den abzieher drauf nehmen unsere knarre drauf da an der richtung und jetzt gegenhalten und abdrehen ja jetzt wird natürlich wieder lenkrad schloss super das heißt ihr werdet auf jeden fall und abdrehen dann habt ihr die hülse vom drehstock die müssen wir nachher wieder aufschlagen aber könnt ihr so ja könnt ihr so lassen müssen wir machen und deswegen haben wir hier auf der hülse den edding punkt gemacht weil dann wissen wir nachher genau sie kommt so wieder rauf problem ist wir haben lenkrad schloss drin aber da wir den punkt hier gemacht haben ja ist halt schwierig ist halt schwierig so ansonsten müsst ihr das nachher richtig mit auge machen so jetzt haben wir unsere abriss schraube abgemacht und jetzt müsste hier die feder raus also die feder zieht ihr so ab legt sie euch so hin dass ihr wisst dass sie wieder auf kann dann müsst ihr lenkrad schloss raus machen ganz wichtig dann könnte es abziehen weil dieser regel muss rein und wenn ihr das nicht macht ist hier das lenkrad schloss draußen und dann kriegt ihr das nicht ab heißt wenn ihr das abziehen wollt das ist so drauf dann rastet hier das lenkrad schloss ein dann müsst ihr drehen zack lenkrad schloss raus habt ihr das teil hier in der hand und da ist die schraube mit dem teil seht ihr das da und das müssen wir jetzt raus drehen hier ist der lenk stock das ist alles okay hier ist eine kappe drauf drehen jetzt hier die schraube raus wo unser halter drin ist passt auf dass ihr die nicht verliert weil bei dem anderen teil bei dem neuen ist keiner dabei und jetzt seht ihr hier packt die vorsichtig weg und jetzt seht ihr hier den schaden da fehlt der stift seht ihr das ich hole mal das original ich hole mal das ersatz teil da könnt ihr sehen hier ist ein stift drin und hier ist der schon komplett weggeranzt und ihr seht das ist das teil und jetzt setzen wir den ersatz ein hier ist der stift wir müssen den reinsetzen und dann müssen wir gucken dass das gleich da rein rastet zack das sieht gut aus das sind die schraube und schraubt das wieder rein so bevor ihr das mit gewalt rein dreht das ist dann ausprobieren und jetzt rein drücken und die schraube komplett anziehen dann seht ihr das wenn das nicht richtig drin ist kann man das sehen doch nicht zu doll wollen das ja auch nicht und da bewegt sich jetzt auch nichts mehr und jetzt theoretisch müsste man das einmal testen aber da wir das noch alles nicht haben und airbag und co und alles müssen wir jetzt darauf vertrauen dass das hier funktioniert setzen jetzt das wieder rein lenkrad schloss und rein und dann nehmen wir die abriss schraube und jetzt wird alles wieder zusammengebaut aber ich gebe euch ein tipp setzt jetzt schon mal die ganzen stecker zusammen weil ihr habt so wenig platz ihr seht dass das ist hier alles so eng die kabel sind wirklich wenig oder eng und hier bei mir war auch noch eine hülse das zeige ich mal kurz hier ist noch so eine schutzhülse bei mir gewesen die kommt einmal raus ziehen gucken wir stecker check stecken den stecker rein zack und jetzt kommt diese hülse da noch drauf diese diese schutzhülse und zwar ist die so hier drauf und die kommt nämlich hier noch so drüber hat eingerastet und dann könnt ihr das rein schieben abriss schraube in eurem fall könnt ihr vielleicht andere schraube nehmen wenn ihr das wollt das halt diebstahl schutz und jetzt wäre das ganze rückwärts zusammengebaut ich spiele mal hier ein bisschen vor weil da gibt es eigentlich nichts mehr großartig zu beachten außer die kabel die fehler wieder drauf und jetzt kommt nämlich eure hülse mit dem edding strich vorsicht hier sind so zahnräder die sind auch hier und ja wir haben jetzt glaube ich lenkrad schloss drin aber müssen wir halt so machen dann nehmen wir eine 17er nuss ungefähr eine nuss die perfekt hier auf liegt ich gebe euch den tipp wirklich zu gucken dass die passt hier rüber geht dann könnt ihr euch das gewinne nicht zerstören oder und dass die hier auch drauf liegt und nicht drüber geht wenn sie euch den kranz verstört ist natürlich ärgerlich so dann setzt ihr sie drauf dann setzt die nuss drauf nimmt einen hammer und drauf so ein bisschen ihr seht die feder spannt sich wieder so und den rest machen wir über das lenkrad das heißt das lenkrad setzen wir dann drauf und durch die mutter beim ran ziehen zieht sich das ganze hier wieder zusammen ich mache noch mal ein paar schläge vorsichtshalber so und jetzt kommen die ganzen blinker geschichten wieder nachdem ihr die stecke alle wieder rein gemacht habt das ist ein bisschen gefummelt besonders bei dem modell ist das ziemlich eng und ziemlich klein aber sollte gehen so dann habt ihr die schalter alle drinnen hier euren diebstahlschutz wieder drauf kabel ordentlich gucken hier noch der airbag schalter jetzt nehmen wir das lenkrad korrekt drauf sitzt und setzen jetzt vorsichtig das lenker wieder drauf und zwar gerade so und jetzt haben wir ja wie ihr seht kein lenkrad schloss drinnen zack jetzt ist es da das heißt wieder raus und jetzt hatten wir unseren adding punkt gesetzt und jetzt gucken wir noch mal der ist korrekt der ist korrekt wenn ihr euch unsicher seid könnt ihr auch noch mal draußen gucken ob eure greifen gerade stehen ansonsten müsstet ihr das lenkrad neu machen das ist ein bisschen ärgerlich so jetzt hier unten vorsichtig den stecker wieder verbinden zack und ordentlich verlegen so wie es war dann lenkrad wie gesagt drauf mutter drauf und passt auf dass ihr die mutter wirklich gerade drauf dreht so jetzt einrasten lassen vom lenkrad schloss mit der 24er nuss das lenkrad wieder festziehen und zwar auch den den punkt im moment ihr könnt ihr auch schon das blech wieder drauf machen einmal sauber machen jetzt kommt man mal hier an die stelle ran das ist wirklich ein bisschen blöde wenn das lenkrad eingebaut ist dann kommt man an diese stelle nie dran so und dann kommt das hier auch wieder drauf bevor wir vielleicht das lenkrad drauf machen gucken wir mal kurz ob es geht ja geht auch so okay dann können wir das schon mal drauf machen so lenkrad einrasten lassen und jetzt müssen wir nämlich folgendes machen und zwar müssen wir jetzt die hülse die wir abgezogen haben wieder auftreiben ihr könnt auch ein bisschen mit den füßen mithelfen dann spürt irgendwann so jetzt ist ende und jetzt ziehen wir das lenkrad mit 50 minuten an das heißt die hülse ist jetzt wieder drauf und hier wackelt auch nichts mehr und jetzt müssen wir mit 50 minuten anziehen und jetzt kommt alles wieder drauf kann noch mal alles testen airbag rein das film ich jetzt nicht und dann sehen wir uns gleich wieder so nachdem der airbag wieder reingesetzt worden ist von dem professionellen airbag einsetzer kann ich ihn auch wieder festschrauben und jetzt ist noch eine sache die ich noch mit erwähnen möchte wenn ihr jetzt die batterie anschließt am besten niemand im auto sitzen lassen das heißt alle leute raus aus dem auto batterie wieder anschließen nicht dass plötzlich doch der airbag hoch geht und hier sitzt jemand drinne nachdem wir jetzt alles wieder angeschlossen haben die batterie angeschlossen ist müsst ihr natürlich die uhr wieder neu stellen aber ist klar und jetzt testen wir ob es angeht oder nicht und tadaa ja lag echt so ihr seht auch anhand der kontrollleuchten wenn ich jetzt die handbremse löse ist alles wieder korrekt alles funktioniert noch blinker alles einmal testen scheibenwischer lüftung 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 geht auch ja heizung warmblinker alles einmal kurz durchtesten einmal die hupe testen geht auch so und jetzt kommen wir nochmal alle blinker funktion alles geht blinker geht Fernlicht geht ja alles funktioniert so machen wir nochmal aus lüftung 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 das ist traumhaft ihr müsst wissen ich habe hier am finger schon so eine beule durch das weil ihr hält den schlüssel so beim rein drehen und ihr seht das liegt darauf und immer beim rein drehen und diesen gewackelt immer das ging so auf dem finger und jetzt seht ihr Der Wagen springt absolut zuverlässig an. Wir machen nochmal. Es liegt tatsächlich an dem Teil. Und 5 Euro Aufwand des Todes. Aber es lohnt sich. Ja, ich hoffe, wie gesagt, keine Anleitung an dieser Stelle. Aber ich wollte euch zeigen, wie ich es mache. Und danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.